Okay, was ist das schon wieder? AUSTER! Oh mein Gott! Easy! Warte, du hast mir die blöden Feuerpflanzen neben das Bett gestellt! Ja! Und dann ist es Beatle frei! Hast du versucht, Beatle auf mich zu schmeißen? Ja! Ich hab's... Willkommen, geh zurück in deinem Käfig! Was war das? Ich bin oben! Ja, toll! Super Masterplan! Hallo Beatle, guten Morgen! Dir gefallen dir die Ballons! Oh, die sind super süß! Stimmt, hast du die aus der letzten Welt mitgenommen? Yes, hab ich! Falls ihr das übrigens nicht gesehen habt, letzte Folge waren wir bei Easy in so einer Vampirwelt und haben Dracula getroffen, der war aber eigentlich voll der nette Kerl! Also, falls ihr das nicht gesehen habt, dann schaut unbedingt bei Easy vorbei und heute will ich sagen, es ist endlich soweit! Letzte Seite des Würfels! Stimmt! Oder? Haben wir alles? Nee, wir haben noch nicht alles! Wir haben noch nicht alles, aber wir haben auf jeden Fall schon mal alle Obsidian-Blöcke hier am Portal platziert! Wie immer, nimm dir bitte die Flöte weg! Das kann doch nicht sein! Auf jeden Fall ist das, was ich sagen wollte! Wir haben hier schon alle Blöcke, ja! Ähm, wir brauchen nur noch irgendwas, um das Ding hier anzuzünden und ich hoffe, dass wir das in der heutigen Welt finden! Ich bin heiß genug! Aber es geht nicht an, Izzy! Es scheint nicht zu funktionieren! Okay, die Eins ist hier, das heißt, die Sechs müsste auf der Rückseite sein! Oh, hier sind auch keine Kürbisse mehr Gott sei Dank! Ja, wir wurden angepeilt von Kürbissen, stimmt! Ja, das war nicht schön! Okay, hier! Nummer Sechs! Was? Lieber Würfel, ja! Allmächtiger Würfel! Bitte öffne dich auf Seite Sechs! Okay! Oh! Cool! Geschafft! Aber hier geht's nicht rein! Warte, ich hab ne Spitzhacke! Ich baue uns hier... Ja, ja! Du kannst ja nur den Würfel nicht, ähm... Ja, stimmt! Ja, ja! Oh, hier ist Gras! Das wird ne Bauarbeit! Oh, ne! Hier geht's rein! Oh, es sieht friedlich aus! Es sieht friedlich aus! Entwarnung! Alles gut! Wir sind hier... Wir sind hier... Ja! Komm rein! Es ist in so ne Eiswelt so ein bisschen! Ja, ich will nicht vor rein! Komm rein! Hier sind nur die Items weggegangen! Oh, okay! Hier kommen wir... Oh, wie schön! Das sieht richtig süß! Oh, hier sind auch so Galanten! Sieh mal das Gras an! Das sieht voll niedlich aus! Das ist schön grün! Hier ist so ein Wasser! Ja, ich bin sehr zufrieden, ja! Keine Geister, keine Zombies! Nicht gefährliches! Nichts, was man töten möchte! Hier ist eine Brücke! Es ist schön hell! Okay! Eigentlich ist es cool! Dann würde ich sagen, unterm Schnee, oder? Unterm Schnee! Unterm Schnee? Guck mal! Hier sind so komische kleine Schneebrücken! Als ob da... Keine Ahnung! Jemand was aufgewühlt hätte! Das heißt, es ist garantiert irgendwo da drunter! Ja? Ja! Hier muss es sein! Du schaukel... Easy! Du schläfst auf der Schaufel! Nein, 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 nein! Hier! Ach! Ah! Hör sie auf damit! Das ist eine Waffel in Ruhe! Äh, Waffel in Ruhe! Eine Waffel? Das mache ich wieder Flötenmusik hier! Oh ja, vielleicht musst du was flöten und dann geht irgendeine Kiste auf! Und da drunter ist dann... Du hast recht! Aha! Aha! Also wenn ich ein Feuerzeug wäre, würde ich jetzt auf jeden Fall angeflogen kommen! Weißt du ja gar nicht, was wir brauchen! Ob das ein Feuerzeug ist oder irgendein anderer Anzünder! Könnte ja auch was anderes sein! Okay, hier ist ein Lagerfeuer und hier ist ein Stock! Ja, stimmt! Weil ich das kombiniere! Warte, der Stock hier zeigt auf den Stock! Und dieser Stock... Ja! Der zeigt... Da hoch! Was ist denn da oben? Eine Wolke! Direkt hoch zur Wolke! Da ist der Plan! Wie kommen wir hoch? Durch das Haus vielleicht? Nein, nein, wir können hier in den Baum hochklettern! Da! Stimmt, wir können hier in den Baum hochklettern! So! Zack! Und jetzt? Das ist ein bisschen eine Sackgasse! Andere Seite vielleicht? Nein, das kann nicht sein! Ich bin auf dem Haus da! Hier ist eine Sackgasse! Das wundert mich jetzt, weil... Offensichtlich hat der Stock ja auch die Wolke gezeigt! Also muss es ja stimmen! Eigentlich schon! Das verstehe ich nicht! Aber ich komme hier nicht rauf! Okay, ich gehe mal ins Haus, ja? Ich bin oben auf dem Dach! Ich bin auf dem Dach! Okay! Jetzt kann ich zur Wolke! Aha! Oh ja! Und? Ist da oben was? Ja! Ja! Was denn? Mein Leben! Das hängt da oben fest! Mein Herz! Ich bin runtergefallen! Dein Herz! Ich weiß nicht, hier ist nicht Ronja! Okay, dann gehen wir ins Haus! Okay! Soll ich anklappen? Meinst du, wir können hier einfach... Oder so? Hallo! Ist hier jemand? Da ist jemand! Ja? Da auf dem Boden ist ein Schaf! Hi! Was? Du willst doch nicht Pahnflöte spiele? Nein! Nein! Da irrst du dich! Das hat das Schaf nicht gesagt! Das willst du nicht! Das willst du nicht! Das Schaf hat gesagt, bitte Izzy, egal was du tust, spielen nicht Pahnflöte! Hier oben ist aber wirklich jemand! Die kommt uns entgegen! Ah! Au! Was? Ich glaube, die haben mich gerade runtergeschubst! Echt? Ich glaube! Warte, ich geh mal hoch! Versuch du dein Glück! Pass auf, dass du nicht fällst! Regel das! Die hat dich einfach runtergeschubst? Ich glaube, die haben mich runtergeschubst! War die sauer auf dich? Hat die dich gehauen? Ich habe meinen Ring verloren und kann ihn nirgendwo finden! Oh! Okay! Was ist ein Ring? Vielleicht war sie deswegen sauer! Vielleicht hat sie mich deswegen geschubst! Stimmt! Kann sein! Wir können dir gerne helfen! Ähm... Wo ist der nur? Wo ist der nur? Wir finden den, ja? Hast du neue Schuhe willst? Hier habe ich welche für dich! Oder willst du die haben? Ja, klar! Was sind die Schuhe? Ich ziehe dir einfach selbst an! Oh, schick! Danke! Können die! Ähm... Hübsch aussehen? Hübsch aussehen! Wie die meisten Schuhe! Ich weiß nicht, die glitzern so! Kann ja sein, dass die irgendwas können! Also, wir suchen dir deinen Ring! Ähm... Du suchst auch mit! Und wir helfen dir, ja? Wir sind... Wir sind jetzt zwar schon am suchen, aber... Genau! Okay! Wo könnte man... Wenn ich ein Ring wäre, wo würde ich mich verstecken? Das ist eine gute Art zu denken! Das mache ich auch immer so! Ja, das dachte ich mir! Deswegen habe ich das gerade nachgemacht! Das finde ich sehr schön! Ja! Ähm... Also... Also auf der Folge vielleicht hat er den gespressen! Hallo? Spuck ihn aus! Nee, der ist mir zu klein! Okay! Warte! Hier ist eine Kiste! Ist da... Da ist ein Ring drin! Da ist ein Ring drin! Gar kein Problem! Stimmt! Wo würde ich mich sonst verstecken als Ring? Ja! In der Kiste im Wasser! Habe ich mir auch gedacht! Ja! Deswegen habe ich das direkt kombiniert! Entschuldigung! Hey! Hör mir zu! Also... Äh... Achso! Deine Manger kommt aus der Kürbis-Dimension! Was? Ja! Dann ist ja alles gut! Hat sie das wirklich gesagt? Dann nehmen wir diesen wunderbaren Ring zurück! Und... Danke! Oh! Hast du ehrlich gesagt? Du musst es geben! Krass! Ich... Ich bin ganz ehrlich! Ich habe kurz an dir gezeifelt! Ich habe nicht gedacht, dass sie wirklich... Also... Bis dann! Tschüss Ronja! Ich bin weg! Tschüss! Aber ich glaube wir haben es geschafft! Ich glaube auch! Okay! So lange ist es, dass ich schließe! Oh ja! Stimmt! Ähm... Seite 6! Schließe dich! Oh! Hat geklappt! Das funktioniert sogar! Okay! Dann... Oh ja bitte! Okay! Warte! Ich verheize noch ganz kurz! Okay! Okay! Ich will noch was ausprobieren! Nein! Ich zünde nichts an! Keine Sorge! Was würde man sonst mit einem Feuerzeug ausprobieren wollen? Jetzt geh endlich! Ich geh ja schon! Ich bin leicht beurrückt! Aber ich geh! Hier ist kein Feuer oder? Seht ihr da Flammen? Ne da sind keine Flammen! Äh... Ich hoffe das funktioniert! Okay! Ja! Es ist an! Ist es an? Es ist an! Okay! Warte! Ich hab zwei Sachen hier! Okay! Okay! Boah! Ich muss rauskommen! Also pass auf! Nummer 1 hier! Schuh für dich! Oh danke danke! Und dann hab ich hier so'n Hanisch! Der sieht auch ganz nice aus! Das muss hoffentlich reichen! Warte! Der ist hier! Oh ja! Das sieht süß aus! Der sieht so süß aus an dir! Oh mein Gott! Der sieht richtig süß aus! Bei mir ist der nicht so schön! Doch! Bei dir ist der auch schön! Okay! Danke! Ab ins Portal! Yes! Okay! Ich hoffe! Und? Und? Zack! Oh Gott! Oh! Oh! Wir sind da! Kürbiswälte! Das ist die Kürbiswälte! Ah! Warte! Wir sind aus einem Kürbisportal gekommen! Und die leuchten! Das ist ja zum Glück nicht beunruhigend! Wollen wir wieder zurück? Äh! Ja! Lass uns zurückgehen! Alles klar! Wir haben's versucht! Wir haben's versucht! Wir haben's versucht! Hier ist das Schwert übrigens! Oh! Warte! Ist das aus der Papier? Oh! Danke! 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 Der Truthan! Ja! Weil Halloween ist! Der Halloween Truthan! Kennst du den Truthan? Der Halloween Truthan! Doch! Sag ich doch! Da erzählt man sich Geschichten von! Ich musste nur kurz mein Schwert raussuchen! Das ist hier! Ah! Okay! Was machen wir jetzt? Ähm! Warte! Hier ist ne Leiter! Oh ja! Dann lass uns erstmal Ausschau halten! Erstmal die Lage sondieren! Wie man das halt so macht! Okay! Also! Wir müssen das Kürbismonster finden! Das ist der Plan! Hier ist auf jeden Fall das Portal! Also es scheint als ob wir in die Richtung gehen müssen! Da wo die Sonne untergeht! Richtung Sonne! Okay! Richtung Sonne! Warte! Sind das da hinten Kürbismonster? Äh! Da! Ja! Ich glaube die warten auf uns! Ja! Aber ich glaube das ist dann die richtige Richtung! Oder? Die bewachen bestimmt den Kürbiskönig oder das Hauptkürbismonster! Oder wer auch immer diese Welt kontrolliert! Komm wir greifen die ganzen Liga von oben an! Okay? Ja! Ja! Ich bin auf jeden Fall auch nicht gerade in Spinnenweben gehüpft! Dann ist ja gut! Okay! Lenkst du sie ab? Dann haue ich sie von unten! Okay! Warte! Hier ist erstmal einer! Ronja? Ja! Ich kämpf schon! Ich bin hier bereit! Oh mein Gott! Warum hast du Feuer? Ich habe ein Feuerschwert! Zwei haben wir! Wo sind sie? Krass! Ich habe... Haben sie besiegt? Haben sie besiegt? Nice! Okay! Gut! Erste Hürde geschafft! Die ersten Kürbismonster sind erledigt! Ich guck mal hier ob es noch welche sind! Hier haben wir keine Leiter mehr oder? Nee! Wir müssen glaube ich auf dem Weg folgen! Warte mal guck da unten! Oh oh! Ist das? Ist ja riesig! Was ist denn der so riesig? Was ist da? Easy! Das ist... Das muss man zu dem gehen! Ich hab noch seinen Bogen! Warte macht! Oh ja! Danke! Okay! Ich glaube der ist nicht lieb! Der hat uns gesehen! Der hat uns gesehen! Der hat uns gesehen? Ja! Da ist er! Also jedenfalls hat er mich gesehen glaube ich! Okay! Kürbismonster! Oh Gott! Oh! Das mit dem Feuer ist gut dass du das hast! Wir greifen ihn an! Ah! Ich glaube das mit dem Brennen ist wirklich nicht schlecht! Oh Gott! Hilfe! Oh nein! Kommst du klar? Du musst es weg! Du musst es alleine machen! Alles klar! Kein Problem! Mein Pfeil schießt drei Pfeiler auf einmal! Das ist okay! Du schießt drei Pfeiler auf einmal! Ich hab so einen krassen Bogen! Hinter dir! Au! Easy! Wir sind hier gerade in dem Kampf gegen den Kürbismonster! Oh mein Gott! Yay! Wir haben es geschafft! Warte! Heißt das jetzt dass alle wieder in Ordnung sind? Ich denke mal der Böse macht sie nicht mehr böse die anderen Kürbisse! Vielleicht sind die jetzt wieder lieb! Vielleicht? Okay! Ich fahre mit ein paar Kürbisse ab! Alles klar! Und dann werde ich die zuhause aufstellen! Wir werden ja sehen ob die wieder gut sind! Das ist ja zum Glück nicht beunruhigend! Dann gehen wir zum Beispiel und sagen hey es ist alles wieder gut! Dann stell mir den Kürbis auf und auf einmal kommt das Vieh wieder! Nee aber ich glaube jetzt ist wirklich alles gut! Wir haben den besiegt! Das heißt das Problem ist gebannt! Okay! Wir haben zurück durchs Portal und dann gucken wir mal nach oder? Ja! Okay! Warte! So! Und wieder zurück! Yeah! Wir haben es geschafft! Yes! Wir haben es geschafft! Keine bösen Kürbisse mehr! Ich muss den Teppich küssen! Mua! 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 Hilft's dir wenn ich ein freudiges Lied spiele? Yeah! Ich stimme mit 1! Oh wir sollten vielleicht Wolke Bescheid sagen dass wieder alles gut ist und dass sie keine Angst mehr haben muss oder? Was ist das? Sie hat irgendwas getan! Was ist das? Oh das sind die Ballons! Stimmt die Ballons! Kann ich die aufpusten? Ballon! Flieg! Yes! Wuuu! Ich sag Wolke kurz dass alles gut ist! Ich glaube sonst ist sie verwirrt die Arme! Hi Wolke! Juhu! Ihr habt es geschafft! Ja! Ja wir haben es geschafft! Sie hast du schon ausgeplaudert! Ja ja! Ich habe viel mit ihr geredet! Clown! Okay! Ja wir haben es geschafft! Es ist wieder alles gut! Die Kürbisse sind nicht mehr böse! Wir haben das Kürbismonster besiegt! Es ist alles in Frieden! Wir können dekorieren! Halloween ist gerettet und wir können endlich wieder alles dekorieren! Ja! Können wir! Bist du großer Kürbisfan? Willst du dich als Kürbis verkleiden? Ich nehme es an! Also was geht ihr? Ich glaube ich gehe jetzt Kaktus! Oh! Ich gehe als... Ich glaube! Ich weiß es noch gar nicht! Vielleicht muss ich mich noch entscheiden! Ähm! Ja gut! Jedenfalls ist alles wieder gut! Du kannst rauskommen wenn du magst! Ähm! Wir haben ein Ballonbad! Also! Falls du da Fan bist! Ähm! Ansonsten! Ja! Wieder alles gut! Keine Sorge! Machs gut! Easy! Es waren einfach zu viele! Es sind viele Ballons! Warte ich will trotzdem einmal reinspringen! Wie kann das sein? Wie kann das sein? Dass ihr den blöden Ballon wart! Ja? Zwei Ballons sind! Zwei! Ah! Überall sind Ballons! Ich komme nirgendwo mehr hin! Gucke ich in das Becken irgendwie jetzt! Dann mache ich einen Satz rein! Das wird ein Fest! Zwei! Okay! Okay! Sehr antiklimatisch! Schön, die euch lieben! Yay! Yay! Das ist aber voll schön! Warte wir können mit Kürbissen dekorieren jetzt! Oh stimmt! Die Kürbissen sind ja jetzt lieb! Also Halloween ist gerettet! Halloween ist endlich gerettet! Und damit ist unser Projekt auch vorbei! Aber keine Sorge ja! Denn nächste Woche auf Easy's Kanal am Mittwoch kommt direkt ein neues Projekt! Und die erste Folge! Das heißt ihr habt kein ähm... Achso und dann geht es bei Ronja weiter! Genau wir machen das wieder abwechselnd so wie immer! Also Mittwoch und Samstag! Genau! Genau! Also falls euch das Projekt gefallen hat! Dann lasst gerne einen Daumen hoch da! Und ich verlinke euch nochmal die Playlist am Ende! Dann könnt ihr die ganzen Folgen... Also gut es waren jetzt auch nur sechs! Also es ist jetzt nicht so schwer! Wiederkommen mit! Könnt ihr die alle hintereinander weggucken! Wenn ihr das denn möchtet! Ansonsten wünsche ich euch allen ein schönes Halloween! Und ähm... Habt viel Spaß mit euren Freunden! Oder... Falls ihr nicht feiert mit eurer Familie! Was auch immer! Feiert mal Halloween! Leute feiern Halloween! Viel Spaß! Macht's gut! Tschüss! Ciao! 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 ở